Da brauchen wir gar nicht erst zu fragen. Da nach oben müssen wir, okay. Ja, geht natürlich auch. Wir können nicht über einen Huhn laufen, oh gut. Da vorne ist schon wieder so ein Vieh. Ja, ich hab's genau gesehen. Oh man, Wilf auch noch. Ja, genau. Oh man, nee. So, und da kommt die Nächsten. Ja, genau so will ich das haben. Gut. Na, ja, alles schön außen. So muss das sein und so ist das gut. Ähm, ja, ich hoffe wir werden auf dem Weg hier noch einen Schrein finden. Oder nee? So, das geht auch. Speichern. Also, nee, laden. Laden war's, genau. Genau das Gegenteil. Ja. Alter. Komm, komm. Komm. Ja. Ja. Er hat den Trank nicht genommen. Das finde ich sehr unschön. Wenn ich auf eine Taste drücke, dann soll er bitte auch das tun, was auf dieser Taste liegt. Das wäre sehr sympathisch, möchte ich mal anmerken. Und es wäre auch irgendwo sinnvoll, weil dann müssten wir nicht diesen ganzen Weg nochmal laufen. Naja. Oh, zu abwechslung mal Wölfe. Ha. Wahnsinn. Ja, gleich so viele. Komm. Und ein Level Up. Das sehen wir doch immer wieder gerne. Ein Level Up. Da werden die Leben niemals knapp. Ja, ich weiß, das war ein dummer Schüttelreim. So. Können wir jetzt eigentlich schon? Nein, können wir nicht. Schade. Aber können wir denn jetzt eigentlich schon? Ja, wir können. Sehr schön. Dann nehmen wir da einen drauf, da einen drauf und da einen drauf und da einen drauf und da einen drauf. Joa, passt schon. Dann jetzt hier Schloss knacken. Hm, weiß nicht. Hier starke Hand. Hm, Feuermagie. Auch hier nicht so. Duftmagie. Wir haben ja jetzt schon einen Zauber. Sollen die mal einen auf Schloss knacken. Komm, weil wir es gerade haben. Und den anderen auf. Ja, wollen wir oder nicht? Oder wollen wir doch? Oder wollen wir auch überhaupt nichts? Man weiß es ja gar nicht, was wir hier überhaupt wollen. Wir könnten natürlich versuchen. Nee. Mann. Dann würde ich sagen, wir holen das hier voll. Sehr schön. Jetzt das hier wieder schließen. Und da vorne sind schon die nächsten Unholde. Sie schreiben Schaperlank. Wer das erkannt hat, ist gut. Gut. Ähm. Dann. Hier rum. Darüber. Und dann doch diesen... ... ... ... ... Was haben wir denn da? Auf hier nach oben. Weiß eigentlich irgendjemand, ob es... ... ähm... ... hier für Two wird. So was wie ein... ... ähm... ... naja... ... ich würde jetzt nicht sagen Overhaul, aber so was wie... ... weiß nicht, so kleine Verbesserungen oder so. So was, was ein bisschen... ... ein paar Überraschungen einbaut. ... ob es da sowas gibt. Das wäre ja ganz schön. Ich habe mich da noch nicht wirklich informiert. Hallo. 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 Na, wie geht's euch denn hier so? So, und ich weiß, unser Leben wird langsam etwas knapp. Komm, komm, los. Nein. Hilfe. Hilfe. Was macht der? Was macht der? Ach so, falsche Taste. He. Nein. Hopp. Hoppla, hoppla, hoppla. Ähm. Ja, ich spamme Heilung. Das normale eben. Hey, der hat mich umgeworben. Jetzt bin ich traurig. Ich krieg's jetzt mal voll auf die Fresse hier. So. Und du kleiner Bogenschütze, was willst du denn da oben? Komm doch mal runter hier. Das wäre ganz formidabel. Danke. So. Komm, auch noch gleich umgekloppt. Ja, den irgendwie looten würde ich gerne. Lass mich, den looten. So, gut. Da. Schlecht. Fertig. So schnell kann looten gehen. So. Ui. Ork-Schwert. Hm. Werden wir sicher noch ein paar davon finden. Also. Ich nimm's mal ganz unauffällig mit. Gold kann man nie genug haben. So, das ging jetzt schlecht. Dann hier. 24. 26 die andere ist besser Tiertrank Verbesserung Gold was ist bei bei dem ist gar nix was ist denn das für ein Zauber verringert den Schaden gegnerischer Waffen aber man weiß nicht um wie viel dann werden wir jetzt mal die nächsten Opfer suchen würde ich mal sagen na wer will wer hat noch nicht und wer will überhaupt nicht oh oh Hilfe 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 Lass mich ich gehe da nochmal weg und versuche es ein andermal nochmal ne ich hab jetzt hier bis äh die nächsten Hilfe Hilfe Lass mich Lass mich Lass mich Lass mich Schwert ausrüsten das wäre eine große Hilfe im Kampf Schwert ziehen nein ziehen ne weißt du schon was das ist he oh oh ho he oh so gut dass wir so viele Tränke haben ja ich weiß er ist noch ein Bogenschützer aber der kümmert mich im Moment ziemlich wenig Weil der uns eh nicht trifft. Aber er trifft mal. Dann trifft er. Aber sonst nicht. Damit das mal klar ist, ja. Das wollte ich jetzt bloß klargestellt haben. Aua. So, brenne. Und nachdem er brennt, werden die ihm noch ein bisschen mehr einheizen. So. Wo liegt er? Noch einer. So. Mit dem Critical. Das funktioniert immer am besten. Nein. 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 Oder doch, ich weiß es nicht. Ich sag immer mal nein. So. Und jetzt erstmal vollheilen. Danke. Hier nochmal. Und jetzt gehen wir die ganze Sache hier mal ein bisschen mit Bedacht an. Hallo. 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 Äh. Ich wollte es doch mit Bedacht angehen. Der handelt hier noch rum. Ich höre schon die nächsten. Naja. Dann halt jetzt mal ein bisschen ohne Bedacht angegangen. Das geht natürlich immer. Also ohne Bedacht angehen ist es. Sehr einfach. Muss man mal dazu sagen. Keine neuen Zauberleier. Aber wir verzagen nicht. Wir suchen immer weiter. Bis wir hier dann mal irgendwas finden. Und finden tun wir eigentlich immer etwas. Mal den Tod, mal ein bisschen verderben. Je nachdem. Ey. Ey. Man, was sind denn das für Assis? Leute. Cheelt euch mal ein bisschen. Danke. Und du auch. Bleibt da. Übrigens, deine Hautfarbe sieht ungesund aus. Wollte ich bloß mal so sagen. Könnte interessant sein. Mhm. Na, komm. Wir looten. Ui. Schlecht. Also, jetzt nicht wirklich schlecht, aber nicht für unsere Bedürfnisse ausgelegt. Mhm. Tragen wir die Nasen mal wieder ganz weit oben. Oder? Ja, vielleicht doch. Ich nehme mal mit. Ja, okay. Mein Gott, dann nehme ich ihn halt mit. Wenn ihr mich noch so dazu zwingt. Okay, der ist besser. Mein Gott. Mein Gott. Ja, okay. Ich bin ja schon still. Nee, ich kann ja nicht wissen. Hier? Irgendwo? Irgendwas? Irgendwie? Irgendwann? Irgendwie? Da sind noch welche von dieser Ork-Brut. Wir werden die Welt von ihnen befreien. Oder so in der Art. Hallo. Ich wollte mir eigentlich nur die Schutzzauber geben, aber das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu blöd. Morgen.